Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich ein Video über Halil und Sila teilen. Bevor wir zu unserem Video übergehen, vergessen Sie nicht, unser Video zu liken und uns zu unterstützen. Und vergessen Sie nicht, uns Ihre Gedanken im Kommentarbereich mitzuteilen und auf die Schaltfläche, gefällt mir, zu klicken. Vielen Dank im Voraus. Halil Ibrahim Jehan war als jemand bekannt, der sein Privatleben während seiner gesamten Karriere geheim hielt. Am Ende stellte sich jedoch heraus, dass der berühmte Schauspieler verheiratet war. Eine überraschende Entwicklung erregte großes Interesse bei Social Media und Fans. Als die Tatsache bekannt wurde, dass Halil Ibrahim Jehan verheiratet war, begannen das Publikum und die Fans, sich über die Einzelheiten des Ehelebens des berühmten Schauspielers zu wundern. Während wir über die Schwierigkeiten diskutierten, ihre Ehe geheim zu halten, wurde auch darüber gesprochen, wie sich das berühmte Paar kennenlernte und wie sich ihre Beziehung entwickelte. Die Heirat von Halil Ibrahim Jehan sorgte in den sozialen Medien für große Resonanz. Während Airan mehr über das mysteriöse Leben des berühmten Schauspielers erfahren wollte, wurden sie auch von diesen unerwarteten Überraschungen überrascht. In den sozialen Medien wurde tausendfach gepostet, dass Halil Ibrahim Jehan verheiratet sei. Die Tatsache, dass Halil Ibrahim Jehan verheiratet ist, hat Diskussionen darüber ausgelöst, wie Prominente ihre Karriere und ihr Privatleben vereinbaren können. Während sich die Fans des berühmten Schauspielers fragten, wie er sein Eheleben und seine Karriere zusammenhielt, brachte diese überraschende Tatsache andere Prominente dazu, über die Hintergründe ihres Privatlebens nachzudenken. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!